Corona stellt Einzelhandel und Gastronomie vor nie dagewesene Herausforderungen. Noch bis vor kurzem standen sie in ihrem Geschäft, um Einkaufserlebnissen echte Persönlichkeit zu verleihen, um Kunden individuell zu beraten, um Gästen ihr Lieblingsessen zuzubereiten. Wir alle vermissen das. Zugleich müssen wir gemeinsam umdenken und handeln. Der Digitale Marktplatz MV ist das neue Schaufenster für den Einzelhandel und die Gastronomie Mecklenburg-Vorpommerns. Wir machen Ihr Angebot oder Ihre Initiative sichtbar. Völlig kostenlos, ohne eigene Online-Infrastruktur, ohne Vertriebsmargen. Unterstützen Sie die Läden und Lokale Ihrer Stadt und Region. Denn das haben Sie verdient. Digitaler Marktplatz MV. Einer für alles. Einer für alle.